Hallo liebe Leute, willkommen zurück zu Mass Effect. Wir sind hier auf der Citadel und hier geht es mächtig ab. Also die Geath und Saren sind auf jeden Fall schon vor uns durch diesen komischen Conduit durch. Und haben hier dieses blöde, da ist es schon hier, die Sovereign, die ist schon angedockt. Wir versuchen uns jetzt hier vorzukämpfen, ich glaube in die Kommandozentrale, wo wir den Saren finden. Oh, hier ist eine Luke. Hier geht es gerade echt finster ab. So, jetzt sind wir drin. Ah, Citadel-Turm. Genau, da zum Rad wollen wir hier hoch. Glaube ich zumindest. Auf jeden Fall war er da oben. Und ein Medkit, sehr gut. Kann man brauchen. Ja, und das Spiel macht jetzt gerade seinen Shooter-Wurzeln aller Ehre. Also hier geht es echt ziemlich zur Sache. Aber finde ich cool, das ist gerade echt witzig. Macht gerade tierisch Spaß. Oh, da. Warum denn? Kommt hier mit einem Kinderspielzeug wieder. Lauf. Scheinlich Dauerfeuer nubt dich in Grund und Boden, ey. Oh, Level Up. Ja, hä. Da habe ich gerade einen Offscreen gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich mein ganzes Zeug reinstecken soll. Schamören will ich nicht. Dann mache ich ja erste Hilfe. Äh, hallo. Ashley, ja. Kann ich auch nicht wirklich viel Sinnvolles machen. Du kriegst mal noch ein bisschen Elektronik. Vielleicht kann ich das ja noch brauchen. Ich habe ja die Tully nicht dabei. Danke für den Tipp. Eventuell hilft mir das noch an der einen oder anderen Stelle. Das ist gerade richtig stimmig hier. Düster. Das Feuer. Das rote Licht. So, du Pratzen. Hä? Der kommt doch wieder. Der hat so komisches Surfbrett wie dieser grüne Goblin oder so. Oh. Oh. Na, können wir verhandeln oder müssen wir schießen? Ich hatte Angst, dass du es nicht in Zeit machen würdest, Shepard. Ich musste ein paar hundert von deinen Followern ausfüllen. Sorry, wenn ich dich aufwarten wollte. Du hast verloren. Du kennst das, nicht wahr? In ein paar Minuten wird Sovereign voll Kontrolle über all die Citadel-Systeme. Der Relay wird öffnen. Die Reapers werden zurück. Ich habe noch ein paar Tricks auf meinem Schlauch. Du hast uns übernommen, auf Vermeier-Systeme übernommen. Aber ich habe nachdem, seitdem ich verbessert. Sovereign hat mich verbessert. Fancy hardware ist nicht zu schützen. Ich glaube, ich sollte dich bedanken, Shepard. Nach Vermeier, ich konnte nicht mehr Gedanken über was du gesagt hast. Über Sovereign manipulieren mich. Über die Verkaufelung. Die Gefühle wurden mich verletzt. Sovereign sensiert meine Hesitation. Ich wurde verletzt, um meine Resilfe zu stärken. Jetzt sind meine Wunderschäden weg. Ich glaube in Sovereign komplett. Ich verstehe, dass die Reapers Organik brauchen. Seid uns und Sovereign findet auch ein Platz für dich. Ja, also glaube ich, Verhandlung ist unnötig. Hm. Ich würde lieber sterben, als so leben. Dann werden Sie sterben. Und Ihre Kampanien. Jeder, den Sie in Liebe kennen und lieben. Jeder, den Sie immer kennengelernt haben. Sie verstehen nicht, Sie werden alle sterben. Die Reapers können nicht stoppen. Nicht durch die Protheien, nicht durch Sie. Der Verkaufel immer weiter. Die Reapers nicht benutzen Organik. Sie verletzen und verletzen sie. Als nächstes der Verkaufel ist, Sie werden sich verletzt. Ich habe keine Wahl. Sie sehen die Missions. Sie sehen, was mit den Protheien passiert. Die Reapers nicht verletzen oder sterben. Da gibt es keine andere Optionen. Sie können sich resistieren. Sie können sich kämpfli. Sie können sich verletzen. Sie verletzen. Vielleicht bist du recht. Vielleicht ist es noch eine Chance für... 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 Die Implantation. Sovereign ist zu stark. Ich bin entspannt. Es ist zu late für mich. There's still one way to stop this. If you've got the guts. Goodbye, Shepard. Thank you. Krass. So was muss ich jetzt machen? Oh, wow. I've got control of all systems. Quick, open the station's arms. Maybe the fleet can take sovereign down before he regains control of the station. Schreib mich nicht so an. Ich bin direkt vor dir. The Destiny Ascension. Main drives offline. Kinetic barrier down 40%. The Council is on board. I repeat, the Council is on board. Normandy to the Citadel. Normandy to the Citadel. Please tell me that's you, Commander. I'm here, Joker. We caught that distress call, Commander. I'm sitting here in the Endura sector with the entire Arcturus fleet. We can save the Ascension. Just unlock the relays around the Citadel and we'll send the cavalry in. You can't sacrifice human lives to save the Council. What have they ever done for us? This is bigger than humanity. Sovereign's a threat to every organic species in the galaxy. Exactly. We can't throw away reinforcements trying to save the Council. We have to hold them back until sovereign's exposed. What's the order, Commander? Come in now to save the Ascension or hold back? ... Hold on, Joker. We're not sacrificing human lives to save the Council. Keep our ships back until they can get a shot at sovereign. I hope you know what you're doing, human. Don't let the Council die in vain. All Alliance ships hold formation. Wait for a shot at sovereign. Nothing else matters. I repeat, nothing else matters. Commander, we're picking up reinforcements. It's the Alliance. Open a comm channel. This is the Ascension. We're taking heavy damage. Guardian defenses are over... Kinetic barriers are offline. Commander. They close the channel. ... ... ... ... ... ... Oh du Scheiß, die fliegen jetzt eiskalt an dem Ding vorbei, ne? Oh, wow. Hoffentlich reicht es hier für diesen Drecksack da. Ich weiß nicht, irgendwie ahne ich, Schlimmes gerade. He's dead. Du kommst doch noch zum Kampf. Wie geht's, was war das denn für ein Viech? Thorianische Gethask oder was? Das sieht aus wie der Betzebubu persönlich. Creepy. Ich hab noch ein paar Waffen, du Blütsack. Nein. Sovereign ist zu stark. Wir müssen zurückziehen. Negative. Das ist unsere einzige Chance. Geh auf. Ich hab grad voll die Gänsehaut. Ich sag's euch doch. Kannst du mal aufhören mit dem Scheiß. Das ist voll das Aim-Training. Ja, super. Ich kann grad echt auf das Viech draufholzen, ne? F-Karoos ist tot. Äh, mach mal das da. Das ist ganz schön knackig hier. Gleich haben wir den Sack. Komm schon, komm schon, ich krieg dich. Zupfen, wie du willst. Du Siren Hasgeth, Sovereign Reaper, Bitch. So, ist er jetzt echt in echt tot? Der Joker hat noch ein geiles Manöver. Die Schilder sind jetzt! Jetzt ist unsere Chance! Wir haben alles, was wir haben. Die Schilder sind jetzt! Wir gehen in! Go! Los geht's! Captain Anderson, we found them! They're in here! The Shepard? Take it easy. It's over. You're safe now. Where's the commander? No, 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 no! Oh, I thought it would be good if they would have killed him. We got your message, Ambassador. What's all this about? No need to get worked up, Captain. I'd like to end this meeting with all my teeth still in place. You should thank me for what I did. If the Normandy was still grounded, we'd all be dead right now. I understand, Captain. You did what you had to do. That's not why you're here. We need to talk about what happened to the Council. Commander Shepard did the right thing. We had to hold our fleet back to go after Sovereign. It was the only way. I agree. But this also presents us with an opportunity. The Council is dead. The galaxy is looking for leadership. The Citadel fleet were decimated in the attack. The losses have made the Alliance stronger. If we step forward now, nobody will be able to stop us. Oh! Oh! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Nee, das ist ehrlich gesagt nicht ganz der Grund, ne? Aber das ist wieder so typisch menschlich. Ne, sobald sich eine kleine Möglichkeit ergibt, sofort irgendwie an die Macht springen. Aber ich bin ehrlich gesagt an der Stelle der Meinung, ich meine auch, na, es würde wieder zum Charakter passen, ne? Aber deswegen hab ich's eigentlich nicht gemacht. Das war eher so, na, die Penner. Hm, nee, ich bin an der Stelle ehrlich gesagt virulich. Für eine unabhängige... Aber ich meine, die Menschheit könnte da natürlich... Ne, ich mach... Hast du einen Plan? Die Galaxie braucht Liederschaft. Eure Liederschaft. Wenn eine Krise passiert, können wir nicht durch Diskussionen wie der alten Kanzel. Der neue Kanzel muss mit einem einzigen Spruch regeln. Sie muss von einer Spezies selbst ausgestattet werden. Humanität. Wir müssen zusammenarbeiten mit den anderen Spezies. Es ist der einzige Weg, wie wir gegen die Reapers stehen können. Die anderen Spezies sind Angst. Sie haben nie etwas wie das vorhanden. Sie wissen nicht, was zu tun. Sie wollen uns vorbeizenden. Sie glauben in die Humanität, weil Sie. Deine unabhängige Bezug auf Saren und die Geth. Deine Defiance der Kanzel. Das ist, was die Menschen ausmacht sind. Das ist, wie wir die Reapers' Bezug auf die Reapers' bewegen. Die anderen Follower-Shepard wissen, dass sie nur Hoffnung haben. Wir werden einen menschlichen Kanzel haben, mit einem menschlichen Präsidenten. Der Präsident ist recht. Ich mag es nicht, aber wir können die Wahrheit nicht verhindern. Given alles, was du getan hast, Commander, die Allianz will wissen, wer du denkst, unser Präsidenten zu sein. Wir sind jetzt in den Krieg. Wir brauchen jemanden mit Militärer Erfahrung. jemanden wie Captain Anderson. Du machst einen guten Fall. Captain, sind du bereit für das? Hauptsache nicht dieser Arsch. Das ist echt. Ich weiß nicht, ob wir einen von uns bereit sind für das. Aber ich mache was ich kann. Also, was passiert jetzt? Du zwei können politikisch all you want. Aber die Reapers' Bezug auf die Reapers' bewegen. Sie kommen. Und ich werde einen Weg finden, um sie zu verhindern. Sie werden die Reapers' bewegen. If we lose, it's the end of all life as we know it. And no other species in the galaxy truly understands what it will take to survive. The other races will have to follow our lead. We need to take control. It's time for humanity to rise up and seize its destiny. But the other races will become a cool 80s music, or what? Yeah, that's it. Oh, man. das war ein geiles geiles ende ich hatte am ende wirklich nur noch gänsehaut richtig richtig cool ja aber dann kann ich mir schon ungefähr vorstellen wie es dann in mass effect 2 weitergeht der kampf gegen die reaper die menschen an der macht quasi als council da als der oberste rat hier unser captain dann als chef vom chef aller chefs und wir führen dann hier wieder krieg gegen alles und jeden oder bin ich ja echt mal voll gespannt geiles spiel richtig geiles spiel das hat sich echt mal gelohnt das für die paar euro auf steam zu ergattern man 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 hat es spaß gemacht da freue ich mich richtig aufs zweier aber muss sagen das muss jetzt ein bisschen warten weil ich will mal zwischendurch was anderes machen aber es kommt auf jeden fall ich habe sie in meine steam bibliothek drin und ja ich also ich freue mich auf jeden fall und mal schauen wie es dann zeitlich rein passt dass ich das machen so dass ich jetzt den abspann noch durchlaufen oder nicht ich weiß es nicht mal gucken ich kann es ja im notfalls am ende rausschneiden vor allem halt auch die musik und so weiter ja leute wenn ihr das wirklich bis zum ende zugeschaut habt angeschaut habt wenn ihr das wirklich bis zum ende angeschaut habt und durchgehalten hat vielen vielen dank freut mich immer wieder und ich hoffe ihr schaltet dann halt auch einfach beim nächsten mal wieder ein oder schaut euch andere projekte von mir an würde mich echt freuen und damit sage ich einfach tschüss und bis zum nächsten mal gu. gu. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020